Wie schön, dass du da bist! Wie ich sehe, hast du dich in unserem wunderschön Esoria schon eingelegt. Du bearbeitest das Land und baust deinen Bauernhof aus. Du hast Freundlichkeit, Ausdauer und Kreativität bewiesen. Und dein Platz in unserer Gemeinschaft gefunden. Mit Freunden an deiner Seite. Und ganz viel Magie im Gepäck. Wer weiß, was du alles erreichen kannst. Und begib dich auf ein Abenteuer. Es gibt hier so viele Orte zu erkunden. Schätze zu finden. Und Freunde kennenzulernen. Schaffst du es, das Herz unserer magischen Insel zu entdecken? Wenn du bereit bist, findest du uns genau hier. Fae Farm erscheint am 8. September auf Nintendo Switch. Jetzt vorbestellen! Also vor 26 Uhr an. Und dann morgens mehr Woche in der Ring. Entschme bleeding. Abschатуinated. Runen wir mit 24 Uhr. Im Krim. Im Krim. Am starten.